einen wunderschönen guten tag liebe leute und herzlich willkommen zu meinem neuen video ich fahre jetzt in richtung süden hier auf bali da ich dort etwas geschäftliches zu tun habe und da habe ich mir doch glatt gedacht nehmen wir doch mal die kamera mit denn ich fahre an einem mcdonald's vorbei du hast natürlich auch schon im subnail gelesen mcdonald's aus bali was gibt hier anderes und genau das schauen wir uns einfach mal gemeinsam heute an naja es wäre so ein zufalls video absolut nicht geplant einfach spontan jetzt ich habe auch noch das mikrofon gar nicht dran deswegen wird das sound jetzt wahrscheinlich ein bisschen kacke sein mikrofon nehme ich aber mit packe ich schon ein oder habe ich schon eingepackt in meine tasche ich war jetzt nämlich los für eine stunde 16 zu meinem termin und auf dem rückweg ungefähr so 30 minuten auf dem rückweg liegt dann auch ein großer mcdonald's in sanua da welche hinfahren da werde ich mal gucken was die speisekarte so hergibt und ja da nehme ich euch mit wird also ein relativ kurzes video wird ein bisschen was schnabulieren bisher was sabbeln und wir sehen uns gleich bei mcdonald's so leute sind angekommen ihr müsst jetzt leider mit schlechtem sound leben mein mikrofon war in der tasche und die hand durchgehend das heißt ja oh god no god please no no ja einmal mit profis schaut mal der mcdonald's echt schick aus dann gehen wir jetzt mal rein erst mal auf englisch stellen hier den lachs also es kommt dann wollen natürlich hier essen hier gibt es sogar local breakfast was das denn irre langsames ding funktioniert hervorragend gar nicht das lacht mich doch schon an hier hier gibt es noch nicht ein double doppel ducco pie na komm den nehmen wir auf jeden fall schon mal 16.500 das sind 10.060 dann also nicht mal ein euro Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Coke, Strawberry, McFloat. Das sieht ja eklig aus. Nehmen wir. So. Achso, es ist halt generell noch Frühstückszeit, ja? Kann ich auch normale Sachen essen? Ich kann einfach normale Sachen essen. Gucken wir mal. Gott, Alter, was gibt's denn hier alles? Okay, dann muss ich wohl ein Frühstück essen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass ich mir so einen geilen Burger holen kann oder sowas. Ach, ja. Chicken McMuffin. Nehmen wir einzeln. Dann machen wir mal so eine Pancakes. Das ist jetzt aber wirklich ärgerlich. Okay, hier gibt's einfach nur Mais. So einen Hashbrown nehme ich auch mal. Aber die Dings gibt's gar nicht halt irgendwie. Hier nehme ich nochmal so eine Frieddinger hier. Das ist Fried Chicken. Dann kommen wir mal einmal hier die. Ich mag Fried Chicken. Oh. Oh. das Essen. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. So jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier mit meiner Karte zahlen kann. Ja. Da ist der Lachs. Jetzt gehe ich mal hoch. Mein Gott, das wird ja schon hektisch da. So, wo kann ich mich denn mal hinsetzen, wo ich meine Ruhe habe? Ah ja, hier hinten. Guck mal, doch. Hervorragend. Ja, ich schäme meine Ruhe. Kann ich auch meinen Roller sehen. Da. Kann ich hier nämlich die Kamera aufstellen, ohne, dass ich hier irgendwelchen Leuten auf den Pinsel gehe. Na, ich bin mal wieder maximal vorbereitet gewesen auf dieses Video. Da seht ihr, dass es bei mir authentisch so geht. Ich habe ein A, mein Mikrofon war ja die ganze Zeit an, das heißt, es ist leer. Das heißt, ihr habt jetzt beschissenen Sound, sorry dafür. B, habe ich mein Stativ nicht mitgenommen. Ja, es ist leider noch Frühstückszeit hier. Es ist jetzt 10.45 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wann bei McDonalds die Frühstückszeit endet. Ansonsten, ja, ich werde jetzt das hier aufputtern. Und mal gucken, wenn dann die Frühstückszeit zu Ende ist, eventuell gehe ich dann nochmal an den Counter und werde nochmal durch das Mittagsmenü durchscrollen, damit ihr seht, was es gibt. Weil ich habe nämlich hier auf der Karte, das kann ich, warte mal, das kann ich jetzt zeigen. Ja, genau, scharf stellen, da, schau mal, da gibt es hier so eine McNuggets, aber so eine scharfe, da drin ist irgendwie so was Rotes drin. Das wäre schon interessant gewesen. Hätte ich schon gerne mal gegessen. Achso, und nicht wundern, ich nehme mit meinem Handy auf. Das heißt, ich gucke immer mich selber an, aber die Kamera ist da. Ach, ja, gut, warten wir aufs Essen und dann wird schnabuliert. So, da ist der Lachs. Hier meine Pancakes, Chicken-Teile, Hashbrown, Chicken-Muffin, das ist hier noch. Hotcake-Soße und der Double-Chocolate-Pie und hier dann das Cola-Strawberry-Ding-Bum da. Bin ich mal gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. So, ich werde mir über den Futteranzug verrufen. Ich würde es gerne anders filmen, so, dass ihr auch was sehen könnt. Aber, das ist nicht möglich. Alter. Die Soße geht nicht auf. Wie sieht die Soße aus? Ich wollte gerade meckern, dass sie mir keinen Stroh angegeben haben, aber ich probiere als erstes mal hier diese Cola-Strawberry-Eis-Gedöns-Pumpe. Ah! Äh, äh! Äh, äh, Lars! Äh, ja, äh! Wer süß mag, so wie ich, so extrem süß, komm mal machen. Sag mal, der Chicken McMuffin, der hat doch Salat in Deutschland, oder? Der hat doch eine Tomate drauf, oder? Ich habe mich taktisch total beschädigt, das merke ich gerade. Da ist die Verzette, und die ganze Zeit geht der Lüfter an. Übrigens, das könnt ihr gar nicht sehen, ne? 137.000, das sind 8 Euro und ein bisschen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das viel ist? Im Vergleich zu Deutschland, kann ich nicht einschätzen. Wie gesagt, weiß ich ja schon seit bestimmt anderthalb Jahren. Nicht mehr bei McDonalds in Deutschland. Ich muss zum Pisten nach McDonalds fahren. Junge, Junge, Junge. Er da vorne macht sein Handy. Durchgehend irgendwelche Vogelgeräusche. Mann, Mann, Mann. Mein Nachbar ist übrigens auch so einer. Der hat diesen blöden Klingelton, diesen ... ... also einen blöden Pfeifton. Und dann sitzt du immer abends, 11 Uhr bis 2 Uhr morgens, im Garten, und kriegt die ganze Zeit SMS oder Nachrichten. Könnte man ja lautlos machen. Weil, wenn ich sowieso die ganze Zeit das Handy in der Hand habe, und alle 2 Sekunden eine Nachricht bekomme, was ungefähr so ist, 2-3 Stunden lang, könnte ich den Turnier ausmachen. Weil, wozu? Mich könnte es selber nerven. Aber gut. Ich will mich da nicht aufregen. Mach ich schon, aber gut. Was? Hashbrown. Hashbrown halt, ne? Ich weiß nicht, gibt's die in Deutschland? Oh, ey, Kamera, hallo. Ich weiß nicht, gibt's das in Deutschland? Hashbrown? Keine Ahnung. Warte mal in die Kommentare. Ich kenne die eigentlich nur aus Amerika. Aber Hashbrown, geile Sache. Alles in einem fehlt mir aber ein bisschen was. Ich hab letztens bei jemandem gesehen, kennt der wahrscheinlich den Franklin, der isst immer die süßen Sachen noch zuerst. Erst die süßen Sachen, und dann die... Herzhaften. Machen die das noch mehr so? Ich kenne niemanden, der das so macht. Für mich immer erst Herzhaft, dann Nachtisch. Aber jetzt die Dinger hier, aber die... Also die sind groß. Ich hab ähm... Na ja, ich zeig es dir jetzt so. Also, der... Das ist schon echt nur ein Ballermann. Ich dachte, das war klein und ich hab erst über die fünf Teile zu nehmen. Und das andere... Das ist schon groß. It's so big! Pancake! Ich hab wirklich gedacht, ich nehme jetzt die Fimper-Packung, weil das auf dem Bild voll klein aussieht. Ich brauch das hier mal raus schon. Mir fallen nämlich die ganze Zeit die Krümel auf den Pancake, weil ich wollte dann später den Pancake nicht haben, dass er nach Äh... äh... Und das hab ich auch noch nie gesehen bei McDonalds. Ohne Hähnchenteile. Ohne Hähnchenteile. So wie bei KFC. Hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm... Oder ist das neu bei McDonalds. Und wieder einer pissen. Und beschreiblich. Und beschreiblich. Und machst du so? Ja, ich geh dreimal am Tag bei McDonalds pissen. Das geht ja schon wieder. Ey, ich schwöre. Jetzt ohne Scheiß. Der war schon das zweite Mal. Und dann dachten wir, jetzt muss der mal gut sein. Jetzt geht der da wieder drin. Was macht der denn? Haben die ja alle Durchfall? Sollte ich jetzt hier vielleicht lieber nicht essen? Oder waschen die sich nach jedem Bisschen die Hände? Boah, Alter. Da muss ich für gleich auch mal auf die Plette gehen. Vielleicht gibt's da irgendwas Besonderes. Oh, oder? Weg. Hehehe. Die Hintzenteile sind ganz geil. Muss ich ganz aus. Mhm. Fällt mir ganz gut. Na, erwischt. Jetzt hat er sich nicht die Hände gewaschen. Er hat nämlich diesmal nicht den Lüfter benutzt. No shit, Sherlock. Das ist fettig. Ja. Schöne Nadel schmieren. Ah. So. Jetzt hab ich die Hände oben sehen. Und dann wer guckt. Nein. Und dann, wer weiter im Rund? Ja. Ja. Dann haben die Hände oben, ja. Ja, der war einmal mehr so. Um hier oben. Und dann machen sie die Hände oben. Dann sage ich die Hände oben. Ja. Oh, Alter. Gut. Kennt ihr das? Wenn was zwischen den Zähnen hängt. Also ich hab dann keine Ruhe mehr. Das wäre dann wahnsinnig. Ich weiß, dass das dick ist. Oh. 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 Na ja. Pancakes halt, ne? Ich mag Pancakes, aber meistens nicht in irgendwelchen Läden. Die sind meistens Kacke. Die gehen halt. Sind okay. Kann man essen. Finde ich übermäßig gut, auch nicht immermäßig schlecht. Ich esse jetzt noch das, was wahrscheinlich wo alle drauf warten. Ich habe das. Double Choco Pie. Mit. Made from Belgian chocolate. Mmmmm. Eifau. Wahrscheinlich noch nie Belgien. Eifau. 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 素. Eroom. Annels. Ach so. Na ja, schmeckt gut, schmeckt wirklich gut, ist lecker, wenn das dem noch heiß wäre, wäre geil, ist aber kalt. Und ich glaube nicht, dass ich so lange gewartet habe, weil es wirklich kalt ist. In der Richtigkeit ist es auch nicht mehr warm. Ist es heiß? Doch, es sollte aber heiß sein, weil da ist nicht das Heidloch. Haben sie wohl vergessen. Schade. 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 Heuer ausdrängt, bevor man hier an diese ganze Sahne kommt. Ja, ist okay. Ja, aber nicht so geil. Ich bin jetzt nicht so mega befriedigt, muss ich sagen. Ich werde hier gleich nochmal die Schüssel besuchen. Und dann habe ich noch fast eine Stunde Fahrt nach Hause. Und genau das werde ich jetzt tun. Das heißt, wir sind jetzt durch hier mit dem Video, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Falls ihr mal auf Bali seid und gerne nach McDonalds wollt. Äh, zu McDonalds wollt. Ich habe ja mal nach. Also, wenn ihr zu McDonalds wollt, dann wisst ihr jetzt was ihr schönes kriegt. Ja, ich denke, Preis-Leistung ist okay. Geschmacklich. McDonalds ist halt fettig, ungesund. Aber doch schon okay. Für den schnellen Hunger kann man das, glaube ich, mal machen. Ansonsten würde ich, wenn ich Zeit habe, immer was anderes wählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen maximal erfolgreichen Tag. Und natürlich einen wunderschönen Tag. Denn hier hauen, Küsschen aufs Küsschen.